Hallo liebe Tierbesitzer, herzlich willkommen zu meinem neuen Video Krallenschneiden beim Hund und bei der Katze. Ich glaube, die wichtigsten Fragen sind einmal, muss ich die Krallen überhaupt schneiden und zweitens, wie viel darf ich abschneiden und drittens, was passiert, wenn ich einmal zu viel abgeschnitten habe? Und das erfahrt ihr in diesem Video. Also, was ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr einen Welpen bekommt, gewöhnt den Kleinen oder die Kleine daran, einfach nur die Füße zu berühren. Dann seid ihr schon ein ganz großes Stück weiter. Wenn euer Welpe das kann, dann sind es die besten Voraussetzungen zum Krallenschneiden. Muss man die Krallen überhaupt schneiden? Also bei meinen Hunden muss ich die Krallen nie schneiden. Das hängt einmal davon ab, was hat der Hund für eine Krallensubstanz? Sind die Krallen etwas härter oder weicher? Und dann hängt es natürlich davon ab, geht ihr viel spazieren und auf was für Boden geht ihr spazieren? Eher auf Asphalt oder Waldboden. Also es kann durchaus sein, dass ihr vielleicht ein Hund habt und ihr müsst in 15, 16, 17 Jahren niemals die Krallen schneiden. Was passiert eigentlich, wenn die Krallen dann doch mal zu lang sind? Also entweder sie wachsen ein oder es kann natürlich sein, wenn die Krallen viel zu lang sind, dass euer Hund oder eure Katze Fehlbelastungen bekommt und das kann dann Auswirkungen auf den ganzen Körper haben. Also immer unbedingt die Krallen kontrollieren. Wie weit darf ich eigentlich die Krallen kürzen? Also bei den weißen Krallen kann man ja ganz gut die Ader sehen. Da würde ich immer so einen kleinen Sicherheitsabstand von ein bis zwei Millimetern lassen. Bei den schwarzen Krallen ist das nicht so einfach. Da würde ich lieber immer nur so ein bis zwei Millimeter kürzen und dafür öfter. Womit kürzt man eigentlich die Krallen? Also bei großen, mittleren oder kleinen Hunden, dann könnt ihr gerne so eine Krallenschere nehmen. Die gibt es beim Tierarzt oder wenn man jetzt ein Kaninchen oder ein Vogel hat oder ein Meerschwannchen, dann sind die vielleicht ein bisschen zu groß. Dann würde ich lieber so eine kleine empfehlen. Ich werde ganz oft gefragt, muss ich die Krallen meines Lieblings eigentlich kürzen? Also ich würde mal sagen, wenn euer Hund über Laminat läuft und ihr schon so ein Klackern hört, dann ist es auf jeden Fall in der Zeit. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, wenn ihr da die Pfote eures Hundes nehmt und ihr euren Finger da an den Ballen legt, dann sollten die Krallen den Finger noch nicht berühren und wenn die Pfote auf dem Boden steht, dann sollte die Kralle noch nicht auf dem Boden aufkommen. Bei den Krallen gibt es unterschiedliche Farben, meistens schwarze oder weiße Krallen und dann würde ich euch empfehlen, dass ihr eine Lampe nehmt oder eine Lichtquelle und bei Dr. Wuffskrallen geht das jetzt nicht so gut, weil er schwarze Pfötchen hat, also schwarze Krallen hat, aber wenn ihr helle Krallen habt, dann könnt ihr ganz gut von unten durchleuchten und dann seht ihr auch die Ader in der Kralle und dann würde ich euch empfehlen, wenn euer Hund schon daran gewöhnt worden ist, die an das Füße berühren, dass ihr dann die Krallenschere nehmt und sie dann sozusagen in dem richtigen Winkel ansetzt und dann immer nur so ein, zwei Millimeter schneidet. Der richtige Winkel bedeutet, wenn ihr hier das Ende der Kralle seht, parallel zum Krallenende, also nicht schräg in die andere Richtung. Ich würde euch am Anfang empfehlen, dass ihr nur ganz wenig abschneidet und wenn ihr euren Liebling doch mal geschnitten habt, dann seht euch doch unser Video Erste Hilfe beim Hund an. So liebe Tierbesitzer, ich hoffe wirklich, dass euch mein Video weitergeholfen hat und dass ihr es informativ fandet. Um nichts weiter zu verpassen, abonniert doch meinen Kanal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt oder noch irgendwas genauer wissen wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!